Als Prinz Harry nach einer dreiwöchigen Solotour durch die USA, Großbritannien und Afrika nach Hause zurückkehrt, hat es sich der Herzog in der 11 Millionen Pfund teuren Megavilla der Sass Exus in Montecito gemütlich gemacht. Als Prinz Harry diese Woche nach einer dreiwöchigen Solotour in seine Villa in Montecito zurückkehrt, um sich seiner Frau Megan Makele und ihren beiden Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet anzuschließen, wirft Express einen genaueren Blick auf die verschwenderische Villa, an die die Royals auf der anderen Seite des großen Teichs mittlerweile gewöhnt sind. Die Sass Exus leben jetzt in einer 11 Millionen Pfund teuren Megavilla in Montecito, Kalifornien, auf einem 18.000 Quadratmeter großen Grundstück, umgeben von Bäumen und Grünflächen. Das verschwenderische Haus verfügt über neun Schlafzimmer und 16 Badezimmer, die alle mit einer Kombination aus modernen und viktorianischen Architekturelementen für die vierköpfige Familie ausgestattet sind. Vor drei Jahren gewährte die Herzogin beim Start ihrer 40x40-Kampagne versehentlich einen kleinen Einblick in ihr Homeoffice in dem Anwesen und enthüllte einen 1.300 Pfund teuren Kiefernholztisch, den sie als Schreibtisch nutzte, elfenbeinfarbene Stühle und Stapel von Bildbänden. Es gab auch einen Steinkamin mit Metalltüren, die mit majestätischem Filigran verziert waren, und eine Reihe hellgrüner Zimmerpflanzen verschiedener Größen und Arten, die durch die hohen Fenster und die runden französischen Türen viel natürliches Licht erhalten. Fans konnten in Heimvideos und Fotos, die sie in ihrer gleichnamigen Netflix-Dokumentation teilten, einige verstohlene Einblicke in das Innere des Luxusdomizils des Bares erhaschen. Auf einem dieser Bilder war die Suits-Schauspielerin zu sehen, wie sie ihre neugeborene Tochter Lily Bird, jetzt drei, im Arm hielt, während sie ein Selfie in einem Spiegel machte und einen Schwarz-Weiß-Blick auf ihr Kinderzimmer freigab. Der Raum war mit einem geflochtenen ovalen Kinderbett ausgestattet, einige Märchenfiguren waren über die Wände gezeichnet, darunter ein kleines Eichhörnchen über dem hölzernen Türrahmen, und viel Licht fiel durch Fenster außerhalb des Kamerablickfelds herein. Zimmerpflanzen haben scheinbar ihren Weg in jeden Raum der Villa gefunden, und sogar ein kleiner Obstgarten schmückt das Kinderzimmer. Außerhalb des Hauses ist das weitläufige Grundstück von einem Pool, einem Tennisplatz, einem Teehaus, einem Rosengarten, Olivenbäumen, einem Gästehaus, in dem Megans Mutter Doria Ragland wohnt, und einem Kinderhäuschen umgeben. Die Megavilla war jedoch nicht dasselbe Haus, das 2022 als Kulisse für ihre umstrittene, aufsehenerregende Dokuserie Harry & Meghan diente. Das Hallo! Magazine berichtete, dass sich das Paar dafür entschied, die Sitzsegmente der Serie auf einem anderen, aber fast noch luxuriöseren Anwesen nur elf Minuten von ihrem Zuhause entfernt zu drehen. Das prachtvolle Anwesen, in dem sie drehten, stand damals angeblich für 25 Millionen Pfund, 33 Millionen Dollar, zum Verkauf und verfügt über einen Pool, ein Spa, ein privates Fitnessstudio und Christalleuchter.